Nun sitzt er hinter Gitter, jener 16-Jährige aus Bruck an der Mur, der mit seinem Freund einen Terroranschlag auf die NMS Bruck an der Mur geplant hat. Im Oktober letzten Jahres sorgte aber auch ein weiterer Bursche in der Steiermark für Terroralarm. Via TikTok rief ein seit 2015 in Graz lebender, 14 Jahre alter Syrer dazu auf, Graz zu zerstören. Auf einem Video waren unter anderem in Dauerschleife drei Bilder mit pro-palästinensischem Inhalt zu sehen. Das Video sorgte für derart großes Aufsehen, dass der junge Mann bald von der Polizei ausgeforscht werden konnte. In seiner Einvernahme leugnete er die Tat allerdings, behauptete, sein Freund habe seinen Account benutzt. Dieser wies laut Polizei aber ein Alibi auf. Der 14-Jährige wurde daraufhin angezeigt und befindet sich aktuell auf freiem Fuß. Wie es mit ihm weitergehen soll, ist der Staatsanwaltschaft Graz bekannt. Allerdings hat diese ihr Vorhaben der Oberstaatsanwaltschaft kundgetan und wartet auf Rückmeldung dieser. Wie Sprecher Hans-Jörg Bacher auf Steirer Krone Anfrage mitteilt, ob der Beschuldigte angeklagt wird oder die Ermittlungen gegen ihn doch eingestellt werden, sollte sich also demnächst herausstellen.